Ich kann euch verstehen. Ich werde natürlich über Meinungsfreiheit reden, Lösungen vorschlagen. Welcome to the Darknet of the Kleinstadtprovinz. Bang! Ich muss hier raus! Ich muss auch leben! Ich, 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 mein Stück und ich. Bang! Ich bin jetzt fast 30 und was habe ich erreicht? Ja, weil ich Angst vor dem Tod habe! Weil ich was von diesem Leben zurück will, ist das zu viel gefordert. Krankheiten, die sind konkret, da weiß man, was man hat. Ich bin ein guter Schriftsteller und mein Stück ist nicht genug. Ich arbeite gerade an meinem neuen Blog. Titel? Die Wahrheit. Bald müssen wir flüchten, weil die hier alles bevölkern. Über 5000 Klicks von Idioten. Schriftsteller, ade. Ich bin ein Macher, ich bin kein Täter, ich bin kein Opfer. Zickelzacke, Dreckskanacke. Du gibst mir den Erfolg! Yeah. Mein Kopf ist voll und meine Schlag an der Platz. Wenn ich nicht mach, was ich muss, das ist auf in den Kampf. Ob genug, hab ich klein beigegeben. Irgendwer hat mir in meinen Scheiß reingeredet. Am Ende hab ich recht und den längeren Atem. Wenn ich deine Meinung hören will, werd ich dich fragen. Bis dahin, halt dich raus, halt die Füße still. Es gibt jemand, der am besten weiß, was ich wirklich will. Ich, ich, ich. Ich bin der poetische Günter Wallraff. Ich bin Schriftsteller 2.0. Ich bin Robin Hood Online. Nein, ich bin nicht geschlagen. Ich stehe nur auf. Alle wollen doch Wahrheit, oder? Meine Mutter ist eine gescheiterte Frau, die jenseits von Leben und Tod vor sich hinwälgt. Das können Sie alles auf meinem Blog nachlesen. Was ist die Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist mein Blog. Ja, nein, die Wahrheit. Sagen Sie uns die Wahrheit. Die Wahrheit, bitte. Okay. Die Wahrheit. Soll ich jetzt sagen, die Wahrheit ist... Angst, Angst, Angst. Angst, dominiert unser Geld. Angst, wir haben nichts zu verschenken. Angst, 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 Angst